Der Frodo ist vier Jahre alt und der Frodo ist ein afrikanischer Fleckenu und ist ein richtiger kleiner, cooler Vogel hier in der Flugshow. Wenn er Hunde sieht, dann macht er sich dreimal so groß und er hat ja auch schon mal gebellt in der Flugshow, waren wir alle sehr erschrocken, weil wir dachten, er ist jetzt ein Hund geworden. Und er hat wunderschöne gelbe Augen, da kann man auch wunderschön sehen, dass der Frodo nicht streng nachtaktiv ist. Der geht auch am Tage oder in der Dämmerung auf Beutejagd. Untertitelung des ZDF für funk, 2017